Der Damenfußballklub Heidenreichstein ist ein österreichischer Frauenfußballverein aus Heidenreichstein. Die Mannschaft spielte mehrere Jahre in der RFB-Frauenliga. Geschichte Der DFC Heidenreichstein entstand 1981 als Abteilung des Fußballklubs Heidenreichstein, machte sich aber später selbstständig. 1985 spielte die Mannschaft erstmals zweitklassig, als sie in der vom Wiener Fußballverband veranstalteten Damenliga Ost antrat. 1987 stieg sie als Tabellenführer erstmals in die erste Liga auf. Nach drei Jahren stieg der Klub in die zweite Liga ab, schaffte aber 1992 die Rückkehr. Als Tabellendritter der Spielzeit 1993-94 erreichte die Mannschaft ihr bestes Ergebnis, ehe sie 1998 erneut abstieg. In den folgenden Jahren spielte sie zweitklassig. Bis am Ende der Spielzeit 2019 ein Abstiegsplatz belegt wurde und der Klub in die drittklassige Landesliga abstieg.